Hi, hier seid ihr bei Nessa und Tua. Ich wurde getaggt! Und zwar von der Prototype RP. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und ja, fangen wir doch einfach mal an. KFC oder Subway? Eindeutig Subway. Ich esse die Sandwiches voll gerne. Und ja, KFC kann man mal essen so. Aber dann doch eher lieber Subway. McDonalds oder Burger King? McDonalds. Ich mag bei Burger King eigentlich nur den Crispy Chicken. Ansonsten schmeckt mir das alles nicht so wirklich. Und daher halt lieber McDonalds. Ein Chicken Classic. Ja. IOS oder Android? Android. Ich hatte noch kein IOS. Und bin mit Android eigentlich ganz zufrieden. Und daher Android. Dein Alter. Ich bin 25, wie ja schon einige von euch wissen. Und werde jetzt am 4. März 26. Ja. Lieblingsfarbe. Zur Zeit turkis, aber auch pink. Pink ist auch total toll. Und turkis aber auch. Da kann ich mich jetzt eigentlich nicht entscheiden. Also sind so meine zwei Lieblingsfragen. Laptop oder PC? Ich bin eher für Laptop. Weil den kann ich überall mit hinnehmen. Und an PC bin ich immer so gebunden an dem Platz zu sitzen. Und ja. Mag halt dann Laptops eher. Fernseher oder Youtube? Das ist bei mir auch so ein Zwiespalt. Weil wenn ich meine Youtube-Videos alle geguckt habe, dann gucke ich halt Fernseher an. Und wenn auch ein Fernseher nichts kommt, dann gucke ich halt wieder Youtube-Videos. Und ja. Aber ich denke mal so. Mehr gucke ich eigentlich Youtube zur Zeit. Lieblings-Youtuber. Das ist die Kelly aka Mrs. V-Love. Ist doch klar. Ja. Hast du eine Konsole? Und wenn ja welche? Ich habe, also meine neueste ist die Pace 2. Ja. Ansonsten habe ich halt noch ein Sega Mega Drive, ein Sega Master System. Dann noch ein Nintendo 64. Und ja. Aber die neueste ist halt die Pace 2. Ich spiele ja eh nicht so viel. Warum soll ich mir dann eine neue Konsole kaufen? Wenn ich mal ein bisschen was spielen will, dann spiele ich unten bei meinem Freund an seiner Pace 3. Und ja. Ansonsten ist meine eigene. Die Pace 2. Wie du bist. Oh man. Gestylte Haare oder Mütze? Gestylte Haare natürlich, weil ich habe eigentlich kaum Mützen eigentlich so gut wie nicht. Ich tue eigentlich nur im Winter Mützen tragen. Und sonst eigentlich immer meine Haare irgendwie offen. Oder mit Zapf oder irgendwas gestylt. Und ja. Gestylte Haare. Lieblings-Game? Minecraft. Wenn ich Smash spiele. Ansonsten werfen wir das durch. Aber da bin ich immer so alleine. Deshalb spiele ich mit meinem Freund dann immer lieber Minecraft. iPhone oder HTC? Ich bin fürs HTC. Weil iPhone hatte ich noch nicht. Hatte ich jetzt auch noch nicht so extrem in den Händen. Und HTC hat eine Freundin und ist eigentlich ganz cool. Und daher halt HTC. Headset oder Stand-Mikro? Da ich kein Gamer bin. Ja. Ich würde einfach mal sagen. Zum Telefonieren ist halt ein Headset besser. Aber ich wahrscheinlich minde so ein anderes Headset. So für so ein Zocker-Headset hier. Mit solchen Ohrmuscheln und keine Ahnung. Und ja. Mein Freund hat jetzt zur Zeit so ein Headset. Und ich finde es cool. Es sieht cool aus auf jeden Fall. Und ja. Aber ich jetzt für meine Zwecke würde mir dann später mal ein Stand-Mikro. Also was heißt ein Stand-Mikro? So ein Mikro was du extra an der Kamera machst. Damit du halt den Ton besser aufnimmst. Das besorgen. Ja. Also für meine Zwecke ist dann ein Stand-Mikro besser. Hast du einen Führerschein? Ja. Ich habe einen Führerschein. Und zwar schon seit 18.30 Uhr oder so. In der Drehung. Und ja. Habe ihn auch nur einmal abgeben müssen. Ja. Fahrt immer mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit. Welche Farbe kannst du gar nicht leiden? Braun. Braun geht zwar jetzt so an Schuhen. Sachen ist ein gutes was wie es jedem steht. So. Aber ich würde mir zum Beispiel nie eine Zimmerwand braun streichen oder so. Und keine Ahnung. Braun ist halt einfach nicht so toll. Ja. Das war's auch schon mit den Fragen. Ich hoffe es war informativ für euch. Und ja. Vielen Dank dass ich getaggt wurde. Checken tue ich die Dani Cookie Belle. Die It's Me Anna Banana. Und die Namenlose. Ich würde mich freuen wenn ihr da mitmacht. Und ja. Ansonsten war es das jetzt auch schon von mir. Ich hoffe der Tag hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen hoch von euch mega freuen. Schaut auch mal bei den lieben Prototype LP rein. Der hat auch ein Video mal über mich gemacht. Und ja. Ansonsten wenn ihr mich noch nicht abonniert habt könnt ihr das gerne tun. Das könnt ihr hier unten mal ein Video auf dem Abonnieren Button machen. Und ja. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Anregungen für meine Videos habt. Oder euch die Videos gefallen. Dann könnt ihr das gerne alles in meine Kommentare schreiben. Und ja. So. Ich hoffe wir sehen uns das nächste Mal. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Bye. Tschö. Ich wollte euch noch mein neues Handy zeigen. Und was ist das? Das ist das Sony Xperia Z1 Compact in pink. Und ja. Ich finde es halt voll toll. Ich wollte halt ein Z1 ein kompaktes. Weil ich eigentlich so kleine Hände habe. Und dachte das ist klein. Und das ist aber doch schon ziemlich groß. Und ja. Aber es ist trotzdem voll toll. Und ich habe mir dazu noch hier die tolle Handy Hühne gekauft. Damit ich das nicht so kratzen tue. Und ja. Genauso. Die Hühne. Ja. Und das wollte ich euch eigentlich nur noch zeigen. Ja. Jetzt kann ich endlich mein Wotzer Makro Tag machen. Und Instagram habe ich ja nun auch. Wie das jetzt schon einige mitbekommen haben. Ich heiße da jetzt mit Nessa und Tor. Weil Nessa und Tor war schon vergeben. Und da habe ich jetzt einfach mich mit Nessa und Tor benannt. Mit Nessa und Tor benannt. Ja. Also könnt ihr mir gerne folgen. Ich folge auch gerne zurück. Und ja. Das war's. Tschüss.